Wie zu den anderen Top-Ligen gibt es natürlich auch noch meine Prediction zur Saison 23-24 für Frankreich, für die Ligue A und da würde ich sagen, starten wir direkt rein. Zunächst einmal muss man hier ja noch erwähnen, dass das Teilnehmerfeld tatsächlich von 20 auf 18 Mannschaften gekürzt wurde, von der letzten auf diese Saison. Dementsprechend zwei Teams weniger für mich, weniger Aufwand, dennoch gehen wir direkt rein, wie gewohnt von unten und auf Platz 18 kommt dann aber auch direkt schon einer der Aufsteiger, sind ja in dem Fall nur zwei Aufsteiger tatsächlich und bei mir ist das der FC Metz. Sie sind als Zweiter aufgestiegen mit viel Offensivspektakel vorne wie hinten, aber vor allem vorne mit Top-Talent Mikau Taze im Sturmzentrum, der ordentlich für Aufsehen sorgen wird, auch in dieser Saison. Allerdings ist die Kaderqualität hinter ihm weiterhin nur bedingt auf Erstliganiveau, auch wenn man kaum wichtige Spieler verloren hat. Dennoch hat man sich durch die Neuzugänge nicht so krass verbessert, sodass ich den Klassenerhalt für sie als nicht unbedingt realistisch erachte und dementsprechend mein Platz 18. Auf Platz 17, also auch noch einer der direkten Absteiger, ist für mich tatsächlich Nord. Nach der letzten Saison mit Europa League, Abstiegskampf und verlorenem Pokalfinale sieht es echt nicht gut aus. Trainer Aristui hat mit ihnen in sechs Spielen zwar die Klasse gehalten, aber einen schwachen Punkteschnitt von nur 0,67 Punkten vorzuweisen. Dennoch ist er natürlich noch im Amt, weil nach sechs Spielen will man ihn ja wohl kaum entlassen. Es ist also so eine schwierige Besetzung. Zudem hat man mit Blas seinen wichtigsten Offensiv und mit Giroto seinen wichtigsten Defensivspieler abgegeben. Die Neuzugänge wiederum kommen alle aus keinen Top-Ligen und brauchen dementsprechend noch Anpassungszeit. Der Verein hat ohnehin finanzielle Probleme und steigt laut meiner Prognose ab. Und auf Platz 16, der jetzt ebenfalls wie in Deutschland eine Relegation gegen den Dritten aus der zweiten Liga bedeutet, habe ich den FC Toulouse. Man hat sich trotz Aufstieg im Jahr zuvor und dem Klassenerhalt plus Pokalsieg in der Saison darauf, also letztes Jahr, von Trainer Philippe Montagnier getrennt, was mich schon so ein bisschen verwundert hat. Neu im Amt ist Karls Martinez, der seit der Rückrunde Co-Trainer war. Der Adalas betreffend des Kaders durch Transfers ist schrecklich, gerade in finanzieller Hinsicht, denn sie haben mit Dupé ihren Torwart verloren. Die neue Nummer 1 ist Rest, der gerade einmal 18 Jahre alt ist. Mit Spierings, einen der besten Sechser der Liga an Lors und mit Fanden Bohmen, ihren mit Riesenabstand wichtigsten Spieler und einen der besten der Liga an Ajax Amsterdam. Und auch Ratao hat man zumindest verkaufen können. Neu sind Cazeres, Niklas Schmidt und Ibrahim Sisoko, die diese Abgänge aber nicht im Ansatz qualitativ ersetzen können, weshalb man es dieses Jahr schwer haben wird und gerade mit der Dreifachbelastung mit der Europa League durch den Pokalsieg in die Relegation rutschen könnte. Auf Platz 15, der jetzt eben den Klassenerhalt bedeutet, kommt bei mir der zweite Aufsteiger mit Le Havre. Die sind als Meister aufgestiegen mit einer stabilen Defensive. Man konnte den Kader ohne Qualitätsverlust beisammenhalten und er wurde für die erste Liga weiter verstärkt mit einigen Neuzugängen, von denen vor allem Kuziaev eine wichtige Rolle spielen wird. Ansonsten haben sie mit Toulouse die, wie ich finde, beste Nachwuchsabteilung Frankreichs nach Stadren und werden da immer wieder mal ein paar Top-Talente aus dem Ärmel zaubern, die ihnen behilflich sein können, ihnen den Klassenerhalt bescheren zu können, auch wenn es definitiv sehr eng werden könnte, worauf man aber auch eingestellt ist. Also da wäre alles andere wie der direkte Abstieg, glaube ich, schon ein großer Erfolg. Auf Platz 14 kommt bei mir dann der FC Lorient. Trotz Unruhe nach der schwachen Rückrunde, nach außergewöhnlich starker Hinrunde letztes Jahr, konnte man Trainer Le Pry halten, was auf jeden Fall schon mal sehr wichtig ist. Shooting-Star Le Fee hingegen ist weg. Geholt hat man neben Tosin und Formos Mondi auch den freigesprochenen Borchement Mondi von Manchester City. Ich mag den Kader so eigentlich, aber in der Breite wird es halt schon ein bisschen schwierig und eng und so könnte man auch deshalb in den Abstiegskampf rutschen, da man vergangene Saison fast 13 Punkte mehr wie erwartet geholt hat. Mein Platz 13 ist dann Stad Brest. Bis auf den Abgang von Franck Honorat zu Gladbach gab es wenig Bewegung im Kader, man ist also recht eingespielt. Ansonsten hat man eine sehr interessante Trainerpersonalie mit Eric Rohr, der eigentlich Sportdirektor ist, zuletzt vor über 10 Jahren Trainer war, aber letzte Saison dann übernommen hat und einen starken Punkteschnitt von 1,6 aufweisen kann. Den wird man so wahrscheinlich nicht ganz halten können, dennoch wird man nicht in Abstiegsnot geraten, wie von vielen anderen vermutet wird. Auf der 12 sehe ich dann Clermont. Letztes Jahr war man neben Lors die Überraschungsmannschaft auf Platz 8 letztendlich, nachdem ich sie auf Platz 20 getippt hatte. Mit Trainer Gastillon, der seit 2017 im Amt ist, wird man erneut im Mittelfeld landen, denn von den wichtigen Spielern hat sie nur Kaui verlassen, hinzugeholt hat man unter anderem Pelmar von Basel. Da man letztes Jahr stark overperformed hat, habe ich sie dieses Jahr ein Stück tiefer, sehe sie aber nicht im Abstiegskampf. Auf Rang 11 sehe ich dann Straßburg. Da war so einiges los nach der schwachen letzten Saison mit mehreren Trainern, denn im Sommer wurde man von Chelsea-Besitzer Todd Bowley gekauft, Vieira als Trainer eingestellt und dementsprechend hat man einige vielversprechende Spieler überteuert gekauft, wie man es auch von Chelsea derzeit gewohnt ist und für die sie die Spieler ausbilden sollen. So wird man mit der Kaderqualität nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben und zunächst im sicheren Mittelfeld landen, wobei ich jetzt auch nicht glaube, dass nach oben viel gehen wird. Auf der 10 kommt für mich dann Stadras. Das ist, wie ich finde, ein echt sehr interessantes Projekt mit dem populären 30-jährigen Will Stil als Trainer, die wichtige Abgänge zu verkraften haben mit Kajust, Dion Lopi, Flips, aber natürlich vor allem Balogun, deren Torjäger, der nur ausgeliehen war von Arsenal. Dennoch stehen auf der Zugangsseite vor allem durch den festen Ekite-Käferkauf finanziert noch interessantere Neuzugänge mit Nakamura, Darami, Okumu, Teuma, Boyang, Diakite, Katra und das waren noch nicht mal alle. Ich habe jetzt hier nur mal die interessantesten genannt und so wird man erneut überraschen, wenn man das noch so sagen kann, aber auf jeden Fall Platz 10 um den Drehrum, da sehe ich sie. Auf Platz 9 kommt für mich dann Montpellier, denn letzte Saison hat man nach schwacher Hinrunde die Reißleine gezogen und Ex-Trainer der Zakarian wieder eingestellt, mit dem man tatsächlich Vierter in der Rückrundentabelle wurde, was auf jeden Fall ein dickes Ausrufezeichen war. Nun wurde Mav Didi verkauft, aber vor allem Top-Türschütze Wahi wird wahrscheinlich auch noch verkauft werden, bis das Transferfenster schließt. Auf der Zugangsseite wiederum stehen Omar Ragic und Akor Items, der ebenfalls ein vielversprechender Stürmer ist. Mit den eigenen Talenten Estev und Jota kann man diese Saison definitiv überraschen und in der oberen Tabellenhälfte landen. Einen Platz weiter auf der 8 habe ich dann OGC Nizza. Nach der verkorksten Vorsaison auf Platz 9 ist der neue Trainer der 34-jährige Farioli, der einen sehr interessanten Werdegang zu bieten hat. Vom Torwarttrainer unter De Serbi zum Co-Trainer, zum Cheftrainer in der Türkei und nun eben der Trainer von Nizza. Trotzdessen ist er natürlich noch recht jung und unerfahren, aber er hat definitiv eine klare Spielidee und lässt diese auch umsetzen. Geholt wurden kadertechnisch Boga und Sanson und so hat der Kader schon das Potenzial, die europäischen Plätze zu erreichen, aber ich sehe die restlichen Teams eben qualitativ noch über ihnen und glaube nicht, dass man viel höher wie Platz 8 finishen wird. Und zu diesen besseren Teams kommen wir jetzt und fangen an bzw. machen weiter mit Olympique Lyon. Man hat die letzten Jahre immer enttäuscht, trotz super Einzelspielern. Unter Blanc hat man eigentlich eine gute Rückrunde gespielt, mit Platz 3 in der Rückrundentabelle, aber bei Lyon will ich mich nicht mehr täuschen lassen. Da läuft einfach so viel anderweitig falsch im Verein, im Hintergrund, nachdem man jetzt zweimal hintereinander nicht europäisch vertreten ist. Der Abgang von Luqueba zu Leipzig schmerzt, er wurde mit Jaleta Kahr ersetzt und auch Maitland Niles und Marta konnte man verpflichten. Vom Team her müsste man mit Spielern wie Cherki, Lacazette, Kakare und so weiter eigentlich in die Top 4 kommen, aber ich habe ja meine Bedenken schon geäußert und möchte nicht wieder den gleichen Fehler machen wie letztes Jahr, als ich sie auf Platz 2 getippt habe und deshalb jetzt mal nur auf 7. Wahrscheinlich werden sie jetzt wieder überzeugen, aber ja, mal schauen. Wir sehen es dann in 10 Monaten bei der Reaction. Wir gehen über zu Platz 6 und da habe ich den Vizemeister aus dem Vorjahr mit dem RC Loss. Nach der überragenden Vorsaison schmerzen die Abgänge von Openda und Kapitän Fofana. Sie haben zwar natürlich wieder gute Neuzugänge gemacht, wie immer, mit Spierings, Andi Diouf, Cortez und Moigongi Lavogui und kommen ohnehin auch eher über das Kollektiv und das System von Trainer S. Aber jetzt wird es aufgrund des Qualitätsverlusts und der Dreifachbelastung mit der Champions League dennoch eine etwas schwächere Saison, wobei mit Platz 6 wohl dennoch noch die meisten zufrieden wären, wenn man bedenkt, wo Loss herkommt. Auf Platz 5 kommt bei mir Olympique Marseille. Neutrainer ist Marcelino, Alexis Sanchez, Kolashinac, Payet und Ünder wurden abgegeben und mit Aubameyang, Lodi, Kondogbia, Ndiay und Ismaila Sa ersetzt. Die Qualität konnte man so mehr oder weniger gleich halten, aber ich sehe das Ganze recht kritisch. Der Kader bzw. vor allem die Spielertypen passen eigentlich mehr zu einer Dreierkette wie zum von Marcelino praktizierten 4-4-2, der zusätzlich noch kein Französisch spricht als Trainer. So ist man auch aus der Champions League Quali gegen Panathinaikos rausgeflogen und wird nächste Saison laut mir nur Fünfter, da man sich auch erstmal einspielen muss und da erstmal einige Rückschläge hinnehmen wird. Kommen wir zur Top 4 und für die Champions League Quali berechtigt wäre laut meiner Prognose der OSC Lille. Sie gehen ins zweite von Sekaya mit Conference League Spielen und einem Kader, der zwar Josefond, Weah und Bamba verloren hat, aber Jonathan David konnte man tatsächlich trotz der Nachfrage auf dem Stürmermarkt halten. In Kombination mit dem sehr talentierten Kader um Alster Remy Cabella, wo alle Spieler in ihrer Entwicklung weiter sein werden wie letztes Jahr, und weiteren teuren Top-Talenten mit Haraldson, Thiago Santos und Miramon wird man erneut im oberen Drittel um die europäischen Plätze ganz klar mitspielen, vor allem wenn man bedenkt, dass sie letzte Saison tatsächlich von den erwarteten Punkten her Meister hätten werden müssen, obwohl sie nur Fünfter in der Endtabelle wurden, was mich schon sehr überrascht hat. Platz 3 belegt für mich kein französisches Team, sondern die AS Monaco. Adi Hütter ist der neue Trainer, nachdem man letzte Saison Europa an den letzten vier Spieltagen wirklich komplett verspielt hat. Jetzt ist die Sasi weg, dafür hat man sich mit Salisu, Singo und Zakaria breiter aufgestellt und im Tor Nübel mit Köhn ersetzt, was so ziemlich auf 1 rauskommt vom Niveau, aber dennoch nicht ideal ist. Die Vorbereitung mit der Umstellung auf Dreierkette war vor allem spielerisch gut, wovon einige Spieler im Kader profitieren könnten, da das System besser zu ihren Stärken passt. Da denke ich vor allem an die Schienenspieler mit Vanderson, Kajo Henrik oder Jakobs oder vor allem die Halbraumspieler mit Minamino oder Golovin. Und Vizemeister wird für mich in der Saison tatsächlich da drin. Für mich sind sie so ein bisschen das französische Leverkusen, guter Trainer, viele interessante Spieler und die einzige Schwachstelle ist der Torwart. Um näher darauf einzugehen, Kapitän Amari Traore hat sie verlassen und auch Ugo Csukwu wurde an Chelsea verkauft. Dennoch hat man sich verstärkt im Mittelfeld mit Enzo Lefe, Ludovic Blas und mit ordentlich Erfahrung mit Matic. Das macht sie vor allem taktisch nochmal deutlich variabler. Da hat man einen Bourichaud, der kann zentral oder rechts spielen. Dann hast du eben Santa Maria eigentlich schon als Sechser, jetzt kommt noch Matic dazu. Zusätzlich wird auch irgendwann nochmal ein Terrier von seiner Verletzung zurückkommen. Also da ist man echt gut aufgestellt, auch mit einem Guiri. Und deshalb sehe ich sie dieses Jahr bei den Topklubs ganz vorne mit dabei und tippe sie als Vizemeister. Und jetzt kommt natürlich noch, bevor er abschaltet, ihr wisst natürlich schon wer kommt. Und zwar ist es Paris Saint-Germain auf der 1 als erneuter Meister. Denn da soll Luis Enrique als neuer Trainer den Umbruch des Dauermeisters nach den Abgängen von Neymar und Messi vollziehen. Was mit Mbappé ist, steht so ein bisschen in den Sternen. Da wird man sehen, was noch bis zum Ende des Transferfensters passiert. Da hingegen haben sie sich extrem gut und teilweise auch echt preiswert verstärkt. Mit Asensio, Skrinja, Ugarte, Dembélé, Hernandez, Kangin Lee und Gonzalo Ramosch. Letztendlich wird man so halt einfach Meister. Ich denke mal sogar noch souveräner wie im Vorjahr. Das soweit meine Prognose zur Liga-A-Saison 23-24. Lasst mir auf jeden Fall gerne eure Einschätzungen in den Kommentaren da. Ja, ich persönlich muss sagen, mir ist es eigentlich recht leicht gefallen. Bis auf den Abstieg und die Plätze davor. Weil ich sehe bis auf die Aufsteiger keine wirklich klaren Absteiger. Jetzt hat es dennoch welche erwischt, die man nicht unbedingt da erwartet. Aber ich habe da halt einfach nicht viel mehr zur Verfügung gehabt. Und ja, ist einfach nicht leicht. Wir werden sehen, wie es ausgeht in circa 10 Monaten. Wenn es dann wieder meine Reaction gibt, um diese und weitere Videos nicht zu verpassen, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.